Sie sehen jetzt, hier ist noch etwas Wasser drin, das ist der Minderer und das ist der Maschinen, der da durch die Autorin. Nur jetzt kann die Autorin und die Batterie nicht zu wechseln. So, und wenn jetzt der Oberbereich überschritten wurde, dann wurde beim Ladevorgang das Wasser durch das Kameradentum hier oben ausgespült. Das Kamerad, durch die Öffnung, die das geladet Gas ableiten soll, halte er raus das Wasser und habe den Mitarbeiter dann überfüllt den Mitarbeiter. Darf ich Ihnen das einmal so? Das ist also, wie gesagt, das Kabel. Das war das Kabel.